So, guten Morgen, willkommen zurück zu Dingsbombs. Wir fangen die Mission nochmal neu an, weil ich glaube, ich habe ein bisschen wenig Munition. Äh... das war der, oder? Ja, glaub schon. Passt schon. So, das stürzt erst mal ab. Hurray. Ich spiele natürlich wieder auf der leichtesten Stufe. Warum spiele ich dieses Scheißspiel gleich nochmal? Halt's Maul. Ja, ja. Schön, wie ich vorbeischieße, ja? Das muss ich mir erst mal nachmachen, ne? Ah, jetzt komm, stirb. Stirb doch einfach. Was? Nein. Purpick. Zu sterben? Nein. Zu sterben. Bomben. Ach ja, ich hasse euch auch. Das ist schon chillt. Ha! Das habe ich schon in diesem nicht gebraucht. Ah, sterben die auch mal? Nein. Natürlich nicht. Vielleicht lade ich doch lieber. Hm, was war denn der letzte? 902. Das war der letzte. Lade ich mal den da. Wo immer ich da bin. Wo bin ich denn da? Was ist das denn überhaupt wissen, wo ich da bin? Da habe ich auf jeden Fall noch ordentlich Munition. Bin ich voll gut. Munition. Munition. Zielerfassung. Ui. Das war fein nicht mehr. Und. Ich nehme mal die Goldbahn mit. Ähm. Die Kugel lasse ich mal da. Nein. Ich nehme sie doch mit. Ach, Gottchen. Ui. Ui, ui, ui. Da nehme ich doch mal einen neuen Schussschild mit. Und. Ach, dass der so viel aushalten muss. Können wir nicht mit einem Schuss kaputt gehen. Können wir noch ein extra live haben. Extra live, bitte. Munition. Brauche ich auch noch. Das Geräusch gefällt mir nicht. Ah, ja. Zieh mal ein. Ein alter Freund. Ich habe gewonnen. Und ich habe wieder keine Munition mehr. Ich habe noch Orbit-Kugeln. Und Munition. Munition. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, jetzt komm, mach die Tür auf. Ah. Ja. Das war es dann mit meiner Munition. Ah. Ich glaube nicht, dass ich den so noch tot bekomme. Also, ob er dafür schießt. Das gefällt mir nicht. Habe ich vielleicht noch irgendwo Munition liegen gelassen. Habe ich noch Nitro? Nein, habe ich nicht. Leben habe ich auch nicht. Da geht es auch nicht lang. Hey, da liegt noch Gold. Ah. Das war jetzt eine sehr gute Idee, muss ich sagen. Beste meines Lebens. Die war richtig gute Idee. Also fliegen wir nochmal davor, weil es so lustig war. Hier sind die Lichter schon da kaputt. Soll denn das? Muss denn das so sein? Ja. Ich lasse ihn kommen. Ich dachte, du hüpfelst du jetzt noch vielleicht mit Munition. Mist, Kerl. Kann ich das nicht irgendwie aufmachen? Nein. Was wäre denn hier noch so? Habe ich hier irgendwo Munition liegen gelassen? Wahrscheinlich nicht. Aber was finde ich hier noch was? Nein. Was? Was? Was ist denn da raus? Munition, Schild. Ein Ruderknopf. Ja. Irgendwo muss doch noch was sein. Sei nicht so spiel. Gib mir noch irgendwas. Da oben. Da oben ist bestimmt noch was, ne? Eher nicht. Ja, ja. Auf der Suche nach Munition. Spannend. Können wir uns den ganzen Tag lang angucken. Ich schalte mal weg. Tschüss. Alter, da bin ich draufgekommen. Hier ist nichts. Schön. Scheiße. Scheiße. Alles blaues Licht hier. Alles schön dunkel sein. So wie es in Schleichfahrt wahrscheinlich sein wird. Ah. Dumm-di-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Munition. Viele, viele Bundesmarties. Oder so. Oder vielleicht ein Leben. Nämlich auch. Ich bin ja gerade nicht so älterisch. da schon mal drauf schon das ist hinter irgendeine natürliche wand nein ich muss noch irgendwas rumliegen mit dem ich was anfangen kann irgendwas hier hast du einen Stock wirf den doch auf den Gegner hier hast du drei Holt Messner wirf den...nein ach wie hieß denn der Kerl keine Ahnung was weiß ich da komm ich wieder nach da vorne Dings oben ne oder ja wie komm ich an die Munition ran mann oh mann da liegt nicht zufällig noch Munition rum oder so an der Wand nein hier liegt auch keine mehr rum oder sehr schön ok ok sobald meine Munition alle ist alles klar schaffe ich ja voll überzeugt von mir ich bin tot welche Überraschung Troiax haut überhaupt nicht rein ich komm hier auch nicht so weg und hier gibt es auch nichts was finde ich denn wenn ich da wieder reinfliegt eine unsichtbare Wand hebt mich auf die Guru alle eine unsichtbare Wand heute liegt die über jedem Kieselstein in neuen Spielen und hier gibt es auch nicht so weg und hier ist es auch so unübersichtliche gestaltet ist da wieder wirklich alles durchgehen hier sind wir richtig so jetzt schützt bitte nicht wieder ab ich habe auch nichts anderes ich warte doch unten drunter ich bräuchte hier nur eine Rakete mehr oder so und dann beziehungsweise mache ich überhaupt Schaden an dem gute Frage ne weil ich auch unverwundbar kurz nachdem ich ihn getroffen habe ich glaube ich muss auch das ich bin auch sofort tot sobald der mich trifft das macht die Sache nicht einfacher so gut nochmal sparsamer Mission ja ja wir laden dann gelegentlich lade ich mal bei solchen Spielen aber nur gelegentlich meistens läuft es ja viel zu gut als dass ich laden müsste ja du lebst ja noch so machen wir das jetzt Stück für Stück mit der Lebrakranke durch den Zaun voll rassistisch ich meine naja nicht rassistisch diskriminierend gegenüber Lebrakranke die haben sich leicht im Leben die müssen hier ein Stück einzelner kämpfen hahaha oh Gott ja egal nämlich auch Schutzschild und du stirbst jetzt bitte was macht mehr Schaden die Waffe oder die Raketen das ist jetzt eine gute Frage auch stirbst du jetzt bitte mal Hallo Das Ding, das hatte ich ja ganz vergessen Ah, sterben Du sterben Du sterben nicht Das ist jetzt der Moment, wo ich mir wünschte, ich hätte Ich hätte es auch mal getroffen, ne? Man muss nur oft genug laden, dann geht das schon Musst du nur hartnäckig bleiben, nicht so wie andere Ace Noobs, hm? Oh, Infer ist jetzt zu schwer, da muss ich ja noch öfters laden Weil ich lade ja ständig, wenn mich irgendwas trifft, weil ich halt ein kleines Mädchen bin Und ich treffe das Mist hier einfach nicht Ich glaube, ich muss noch eine Bedingung hinzufügen Nur noch Spiele, die nicht ständig abstürzen werden, let's play So, wo war ich denn da? War das der? Nein Nein Ach, fick dich Mensch, da kommt man einmal auf die falsche Taste und schaut mal Wer ist jetzt überhaupt Den Bildschirmmodus direkt neben Dem geladet Ding, das macht doch keiner Was arbeiten denn da für Entwickler dran? Sind die betrunken? Spielen die nie selbst Spiele? Müssen wir mal wieder sterben? Hey, du bist doch nicht tot Kein Kommentar Stirb mal, bitte So, versuchen wir es mal so Vielleicht geht es ja mit Raketen besser Wahrscheinlich nicht, aber Details, ne? Was bringt mir denn die Startposition hier? Ah Das hat's vollgebracht Ja, ja Mit deiner Panzerung Dein Arsch Super, wie soll ich denn den töten? Oh ja, mit Waffen Die du nicht hast Ach ja Stirb Kannst du nicht einfach sterben Oder habe ich irgendwas übersehen? Eine geheimt-geheimtür? Soll ich den gar nicht töten können? Was zur Hölle? Wie weit muss ich denn da weg sein, bitte? Ja, ja Ich sehe es Ich höre es auch Was sind das denn für Raketen? Welche Welche die ich anscheinend nicht ausweichen kann? Toll Kann ich mich ausweichen? Ich kann nämlich entkommen Ich kann gar nichts Ja, toll Ich komme auch nicht mehr zurück Weil Sie ist aufgelöst Ja, ja Diese scheiße Raketen Die ich nicht ausweichen kann Doch nicht ganz tief Nein Komm, der muss doch zu töten sein Ich habe fünf Raketen Ja, halt sofort loslegt Nachdem ich das Tor Was sich geöffnet hat Ach, ja Nichts gibt's Ich habe Bock, die ich dann scheiße noch mal zu machen Jetzt hänge ich wieder irgendwo fest Ja, warum denn auch nicht Er ist sonst viel zu einfach Ich fühle mich hier sehr sicher Scheiße, ich bin zu sicher Mache ich denen da überhaupt Schaden? Wahrscheinlich eher nicht Ach, jetzt wobei ich den jetzt schon wieder kommen Ach, jetzt soll ich die ganze Mission doch noch mal machen Ach, leck mich Das wird Splash Ich werde die auch mal alle abschießen Dass man treffen wird Fesser aber nicht Deswegen habe ich dieses scheiß Ovid Pool Das sind die echten Probleme Ja, geht's noch Das sind wie diese Raketen in Descent Wenn ich sie abschießen, machen sie Ja, fick dich doch Scheiß Dreckspieler Ja, bla, bla, komm Ach, das briste ich wieder in Zusehen Mit Raketen und stirb Stirb, stirb Stirb Nie wieder sprich Irgendwas, das mir Delphino vorschlägt Jetzt Ja, die können mich da treffen So, Start Ja, ja Den Text will keiner lesen Scheiß, stürzt es gleich eh wieder ab Komm, stirb Jetzt stirb schon Mensch, das nervt nur Lässt ihr euch jetzt mal treffen Bitte Mal auf mich zu treffen Ja, Schiller sie in Luft aufgelöst Was? Ja, Gott So Dauert nicht lang Na, komm So, diese Komme ist eine sinnlose Einheit Ja, ja Zielerfassung Jetzt stirbt doch einfach Ist noch beide, dass ich gewinne Bei den letzten zehnmal auch schon so Jetzt stirbst du bitte mal Ja, stirb Ach, jetzt muss ich natürlich noch mal treffen Bevor das stirbt Ach ja Da, komm Wo kommen jetzt auf einmal die Minen überhaupt her? Denkst du dich so ein Scheiß immer aus? Warum muss ich meine Munition verschießen? Um Schalter umzulegen So ein Müll, ey So, wir fliegen jetzt wieder irgendwo hier lang Da lang Ja, da lang Hätte ich wieder ganz oben speilen können Egal Ja, ich höre sie schon wieder fliegen Sie sind links